Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und Action! Let's watch. Watch. Ja, nicht nur ich bin nass geworden. Ein bisschen habe ich meine kleine Benni auch noch nass gemacht. Pitsch-patsch-nass. Ja, die war dann ein bisschen böse auf mich. Auf gutem Grund. Schon mal leid. Okay. Was hältst du denn eigentlich so von? Yoga. Ey, lass die Kamera jetzt nicht auf den letzten Endkampf haben. Es ist sehr, sehr entspannt. Und ich glaube, ich treibe schon wieder weg. Aber es hat voll viel Spaß gemacht. Und das, der sehe ich, bin ich so übelisch. Alles okay? Danke. Viel Spaß dann noch, ne? Ah, danke. Wir holen dich nächste Woche. Ich wollte eigentlich nur ein Fazit ziehen. Okay. Hey, mein Freund, das bringt's dir. Ja, bringt's dir. Oh nein. Nein. So. Und was hältst du vom Yoga? Ähm, also Yoga an sich oder Yoga auf dem Sub? Das Buch gerade hier war. Also Yoga selber natürlich schön entspannend. Auch auf dem Sub schön entspannend. Noch ein bisschen schwierig, weil mein Sub ein bisschen zu wenig Luft drin hatte. Aber, genau, deswegen durfte ich auch eine Runde baden. Aber ansonsten ist es richtig cool. Also ich empfehle es jedem wirklich. Also hier am Wohnzimmer ist auch mega schön. Ein bisschen nass. Aber sonst, ja, macht es auf jeden Fall ganz viel Spaß. Dann kannst du jetzt wieder gehen. Ich darf jetzt wieder gehen. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, die Mädels sind entspannend und happy. Und wenn ihr auch Lust aufs Meer bekommen habt, dann kommt doch mal vorbei nach Überling am Hohensee. Es gibt Yoga-Sub-Wochenenden, Wind-Surf-Kurse, Yoga am See, auf dem See. Coolie. Bis bald. Du, Schocki. Ja, Benni. Was hältst du eigentlich von Süßwasserhain? Eigentlich finde ich die ja süß. Ich meine, wir könnten ja mal statt Delfin schwimmen, Süßwasserhain schwimmen machen. Schocki und Benni swimming with Süßwasserhain. Die Sporty-Schock. Ta-da. Mischen. Ta-da-da-da. Impossible. Ta-da-da-da.